Herzlich Willkommen, du Herr der Ringe-Fan. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde Schatten des Krieges eingeschalten hast. Ja, wir sind hier am Ende, deswegen bin ich noch im Bildschirm, weil wir jetzt so eine epische Schlacht machen werden. Ja, wir sind hier im Bildschirm. Ja, wir sind hier im Bildschirm. Ja. 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 ich bin hier ich bin hier ich bin hier du gehörst los damit auf attacke los los ich lebe noch ich lebe ich lebe ich lebe noch hey alter ohne witz warum hat warum war das jetzt schon wieder so verfackt ich lebe noch mal auf damit wir zwischen leben haben kein problem oh das sind auch noch ein paar krieger von uns ne hallo naja muss ich nicht verstehen los ich lebe noch mal jawohl jawohl ich lebe noch mal ich lebe noch mal so kommt so kommt irgendwie funzt es nicht so richtig wenigstens kannst du mit laufen wir holen wir holen uns jetzt den letzten kommen ich hab da halt einen harten fehler gemacht ne Oh, nicht die schon wieder Junge, Junge, Junge Nö Und ich bin nicht euer Bruder Komm Du kämpfst und kämpfst Oh Mann, Mann, Mann Okay Nein Du bist dein Leid, Verkashen Dein Leid Dein Flames ist von Zauber Ist dein Leid Du bist dein Leid Ich bin das Nitz Ich bin die Bunkerheit Ich bin die Bunkerheit Oh Mann Ich bin die Bunkerheit Ich bin die Bunkerheit Ich bin die Bunkerheit Ich bin die Bunkerheit Ich bin die Bunker Ich bin die Bunker Ich bin die Bunker Du kannst mich in dich hineinsehen Von meiner Seele bleibt nichts übrig Dann verbanne ich dich Minas Morgul ist mein Sehr schön Der Palantir Ich bin die Bunker Oh, Kelle Brimboa Und mit der Dame Müssen wir jetzt gegen die kämpfen Von nun an dienst du dem hellen Herrscher Ob im Körper von Elb oder Mensch Du bleibst doch derselbe Kelle Brimboa Okay Okay Zerleg dich, Alter Dein Name wird vergessen sein Deine Taten werden vergessen sein Junge, Junge, Junge Ich hab keine Ahnung Musst du da im richtigen Moment hüpfen? Ja, come on, Alter Ah, Mann, ey Los Du kannst mich nicht betrachten Du kannst mich nicht betrachten Kelle Brimboa Los Ach, das ist doch Ich bin Nein, ich... Ja, ich hab's. Los. Ah, Mann. Ach, das ist doch zum Kotzen, ey. Junge, 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 Junge. Ich hab's. Okay. yes Yes, komm. Was passiert hier gerade? Ja, okay. Oh, nicht dem schon wieder. Oh, nicht dem. Gott. Oh, ich hasse diesen Angriff. Oh, ich hasse diesen Angriff, ne? Oh, Mann, ey. Ey, ich raff's nicht. Oh, Mann, ey. Boah. Junge, der hat mich richtig wütend gemacht, ey. Weil er immer denselben Angriff gemacht hat, die Ratte. Oh. 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 Sauron und Celebrimbor wurden eins. Gefangen in einem ewig währenden Krieg. Ein flammendes Auge warf seinen Schatten über Mordor. Talion hatte Minas Morgul zurückerobert, doch sein Krieg war noch lange nicht vorbei. Die größte Schlacht würde er gegen den Schatten in sich selbst und den Turm im Osten führen, um die Dunkelheit zu bannen und die Welt der Menschen zu bewahren. Oh. Oh. Sehr schön. Wir haben's geschafft, ne? Schattenkrieg. Oh. Ho, ho. Epilog. Papapapapa. Ja, das ist jetzt eigentlich einfach nur... ...ein, viel Spaß, ne? Der dunkle Wald läuft aus den Hexengönig besiegt und wurde es zum Herrscher von Minas Morgul. Neue Fähigkeiten freigeschalten, Toten auferwecken und Ringgeist. Neue Herausforderungen freigeschalten, Kampfgruben von Minas Morgul schließe Herausforderungen ab. Minas Morgul und die Festung von Mordor gehören dir. Allerdings hat das flammende Auge über Baradur dich fest im Blick und der Herr von Mordor schickt weiterhin starke Orks um dich zu belagern. Verbessere deine Festung, wenn du das Level deiner Gefolgsleute oder beherrschst, die hochrangigen Eindringlinge, die rekrutieren sie. Rekrutiere sie, um deine Armee zu verstärken. Halte Mordor in den Zustand. Okay. Okay, krass. Das ist jetzt eigentlich nur noch so ein... Das ist jetzt eigentlich nur noch so, hier tobt dich ein bisschen aus, ne? Mehr ist es nicht. Ja komm, dann... Dann rennen wir mal hin. Dann tun wir die noch mal kurz ein bisschen, ja so... Ein bisschen aufpushen. Schauen wir am besten mal. So, verteidige die Festung. Ja, dicke, machen wir. So, verteidige Wurmschlürfer. Das ist ja für uns, ne? Das war so... Ja. Das ist so unser... Bester, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Ja. So. 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 sehr geil man so er kriegt noch bogenschützen so moment jetzt gucken wir mal in unser inventar und verkaufen erst mal die waffen noch mal die wir jetzt ja hier mitnehmen können nichts mehr hier haben wir noch irgendwas wo wir noch ein bisschen die verteidigung ein bisschen pushen können ja komm doch verkaufen wir den kram jetzt irgendwie noch weil ich meine wir haben wir sind ja fertig und ich bin ehrlich so von den waffen da unten war ich eh nie so begeistert die waren sahen immer cool aus aber wo oder hatten halt so an sich coole effekte aber ja da müssten wir jetzt ja weiterhin machen und ja wir könnten ja eh legendäre sachen noch kriegen deswegen ist uns das erst mal egal zu kriegen weil wenigstens noch ein bisschen was den hammer können wir ordentlich verkaufen so armee so befehligen ausbildungsbefehl erst mal um fünfer höhen ich werde auch alle um fünfer höhen einfach mal dass wir ein bisschen power machen können dass wir der armee ja dass wir gegen diese armee auch was ausrichten können so jetzt bauen wir hier mal unsere verteidigung auf du bist der hauptmann von uns so mauerspießen feuer schützen kriegskrauk dann nehmen wir mal eine schildträger horde nehmen wir die giftspeyer so jetzt können wir noch ein bisschen befehligen jawohl dann machen wir das hier noch so so können wir euch da noch so ein paar reiter da kommen noch ein paar schildträger dann haben wir jetzt alles ja komm damit damit halten wir die armee oder damit damit halten wir die auf das ist ja jetzt hier das ist ja die mission die wir machen müssen wir gehen hier hin das war es ja eigentlich ich mache jetzt noch hier diese belagerung das ist ja jetzt so die frage müssen müssen wir da jetzt viel machen so unsere festung halten das machen wir das ist ja jetzt eigentlich immer nur dasselbe jetzt müssen wir halt nur noch verteidigen was ja ganz cool ist ich weiß nicht ob das dann auf die dauer ich meine klar ich denke schon da waren so ein paar passagen dabei wo ihr denkt wo vielleicht bist du langweilig deswegen und ich kann ja jetzt nicht in jedem in jedem bereich nochmal so starten ja wir haben uns schon gut verbessert Sauron und Kele Brimbo sind im Auge über Barad-Dur gefangen doch dein Kampf ist noch nicht vorbei es tut ja auch mehr für uns zu sprechen genug gestört die festung gehört bald wieder uns nein 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 Oh, oh, oh. so besetzt gerade unser eigentum aber bald schmeißen wir dich raus du kannst ja auch für uns kämpfen ist ja kein problem ich bin auserwählen wir töten sie zusammen los ich kenne dich doch aber auf dieser faust steht dein name kämpft für uns mann du schließt ich mir nur mord und tutschlag na gut so erst einmal werde ich dich ordentlich durch lächern und dann nehme ich deine festung ein ich bin sehr gespannt was mir mehr spaß machen wird kämpfe für uns ich will dein auserwählter sein wirst du auch hier wird nichts passieren warum kämpfst du immer weiter Du und deine Jungs haben keine Chance Das war's mit den beiden Ah Jungs Oh Danke Danke Nun dienst du mir Mein Leben für dich heller Herrscher Zu den Waffen Fühlst du dich sicher in dieser schönen Festung? Warte nur bis wir deine Haut wie ein Banner von den Zinnen hängen lassen Nein Boah Moment Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen Ich hätte sterben können Bis zum nächsten Mal Wie geht das? Wie geht's an zu den Siegel? Das ist ein Herz Ich folge dem hellen Herrscher! Ich stehe hinter dir! Einen wollte ich noch killen. Wir haben es gehalten! Das war ja auch so schwer. Das bringt halt nur so 1500. Ja, es ist so... Ich mache weiter solange ich gebraucht werde. Es ist immer so, ja... Machen wir jetzt hier alle... Müssen wir jetzt hier alle Gebiete machen, ne? Das ist jetzt wirklich so, ne? Wir müssen jetzt hier hin. Dann müssen wir noch hier hin, da hin, da hin. Also machen wir alle hier, ne? Ja, ich denke, ich werde es wahrscheinlich offscreen ein bisschen noch so selbst spielen. Da werde ich hier erstmal... Momentchen mal... Da gehe ich jetzt mal hier auf beenden. So... Start! Weil wir können ja jetzt hier... Ja, guckt 68% an mir. Dann können wir jetzt, wie gesagt, noch alles Weitere machen, ne? Können wir alles einsammeln, alle Missionen noch, wenn wir Bock haben und so. Aber die Hauptquests haben wir fertig. Jetzt können wir dann mit Galatians Klinge weitermachen, ne? Dann das deines Feindes unterliegen. Ja, dann Galatians Klinge. Und dann hier die Verwüstung Mordos. Dann würde ich sagen, ja, fangen wir in der nächsten Folge Galatians Klinge an. Und ja, da würde ich sagen, macht's gut!